Unsere liebe Tare Auer. Unsere liebe Tare Auer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh I always thought that we'd meet again I hope you like to do that too You have those eyes I wouldn't forget And now I'm just dreaming about you We could be made for each other More than just lovers But I guess that we will never know Cause now we're back being casual Not very special If you just said by then Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh I would have liked to meet you again You would have liked to do that too Hello, meine Lieben, da bin ich wieder So, ihr habt es gesehen, ich war heute Morgen beim Friseur Und ja, ich habe die Expertin schlechthin hier auf meinem Kanal Sie wird dabei Unsere liebe Tara Auer Und ja, schaut euch ihre Haare an Also, ich weiß ja auch nicht, ne? Mega Haare Und ja, sie ist bei mir heute mit im Video Weil es ganz gut passt Wir sind auf den Geburtstag eingeladen Ihr werdet die Geschichte kennen Jedenfalls habe ich euch jetzt mal meine Haare mitgebracht Die mir heute abgeschnitten wurden Und das letzte Mal, als ich mir 23 cm abgeschnitten habe Habe ich so ein bisschen Hate bekommen Von wegen, es wäre nicht so viel Und überhaupt Und man sieht keine Veränderung Also wenn das nicht viel Aha, okay Hauptsache das ist ein Jahr Ja, also in 6 Monaten sind mir die jetzt gewachsen Das sind über 20 cm Wir haben es gemessen Und ganz ehrlich Jeder von euch da draußen Schaut sich jetzt mal auf die Haare Fasst sie an Und denkt sich dabei 20 cm weniger Außer du Also das ist schon eine ganze Menge Und das ist wie gesagt Heute abgekommen Die Tara hat schon gesagt Ja, Wahnsinn Total vieles runtergekommen Voll schön Für mich ein wahnsinniger Unterschied Für euch jetzt vielleicht nicht Sehr schön Ich finde das total schön Dass das erstmal so Ziemlich gerade geschnitten ist Weil deine Enden auch so gesund aussehen Und auch sind Aber schau mal Die waren auch noch gesund Schau mal Aber so hässlich Die hatten keine Form mehr Ich meinte so unten wird es dünner hin Weißt du ist ja normal Bei mir ist es halt nicht mehr schön Guck mal wenn ich das jetzt halt abschneide Ist es bei mir auch unten so Ja Und ich finde es den Schritt Voll schön Aber sie hat es halt hier vorne zum Beispiel Auch nochmal ein bisschen gemacht Voll schön Ich bin total begeistert Auch hier mit dieser Tore Sie sieht so gut aus Ja Und die Kette hier Heute von meinem Schatz Tau Ja, die hat sie übrigens von mir Weil ich will ja nur schleimen bei Ihnen Nein, nein, nein Okay, also Dann beende ich jetzt auch dieses Video hier Nur, dass ihr Bescheid wisst Wie gesagt Das war heute der Tag beim Friseur Ich wollte es euch nur nochmal sagen Damit ich nicht wieder irgendwelche Kommentare bekomme Von wegen ist ja nicht so viel Wie gesagt Fasst euch mal selbst an die Haare Und schaut mal Wie viel das wäre Und jetzt beenden wir dieses Video Ich wünsche euch alles, alles Gute Und hoffentlich bis zum nächsten Mal Tschüss